Ich bin bereit, meine Ängste zu erkennen und zu überwinden. Ich bin bereit, meine Ängste zu erkennen und zu überwinden. Ich bin in der Lage, mich von alten Denkmustern zu befreien. Ich bin in der Lage, die Schönheit und die Kraft in mir selbst zu erkennen. Ich bin offen für neue Chancen und Möglichkeiten. Ich bin offen für neue Chancen und Möglichkeiten. Ich bin offen für neue Chancen und Möglichkeiten. Ich glaube an meine Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin offen für neue Chancen. Ich bin offen für neue Chancen. Ich bin offen für neue Chancen. Untertitelung des ZDF, 2020